Die erste Möglichkeit an die Frage heranzugehen, warum Sinus-Alpha durch Cosinus-Alpha nun den Tangens-Alpha liefern soll, ist ein ganz kleiner einfacher Beweis mit dem, was wir an formelhaften Zusammenhängen hier kennen würden. Wir wissen ja, Sinus-Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse, der Cosinus-Alpha ergibt sich mittels Ankathete durch Hypotenuse und der Tangens, den ich hier auch noch notiere, ergibt sich als Gegenkathete durch Ankathete. Nun ja, was könnten wir versuchen? Sinus-Alpha durch Cosinus-Alpha spiegelt ja letztlich nichts anderes wieder als einerseits das Verhältnis Gegenkathete durch Hypotenuse für den Sinus, das Ganze gebrochen durch und der Cosinus-Alpha spiegelt das Verhältnis Ankathete durch Hypotenuse wieder. Wenn ich nun versuche, diesen Doppelbruch aufzulösen, so achte ich grundsätzlich auf Außenglied mal Außenglied kommt in den Zähler des neu entstehenden Bruches Also Gegenkathete mal Hypotenuse Innenglied mal Innenglied hingegen kommt in den Nenner des neu entstandenen Bruches hier, also Ankathete mal Hypotenuse Und hier sieht man schon, der Begriff Hypotenuse kürzt sich aus dieser neuen Darstellung einfach heraus sodass hier Gegenkathete durch Ankathete als Verhältnis übrig bleibt und dieses Verhältnis, das kennen wir von oben, entspricht eben genau dem Tangens-Alpha Damit hätten wir einen kleinen, einfachen Beweis, unter Anführungszeichen, dafür, dass Sinus-Alpha durch Cosinus-Alpha gleich dem Tangens-Alpha entspricht So wird es aber vielleicht niemand erschlossen haben Daher die zweite Möglichkeit, hier diesen Zusammenhang zu erschließen tatsächlich im Einheitskreis, wie ich ihn hier schon gezeichnet habe Ich zeichne hier zusätzlich noch einen Winkel ein Das ist jetzt kein bestimmter, einfach irgendein Winkel so, dass sich das auch vernünftig zeichnen lässt Ich mache es vielleicht so Vergrößere mir das noch ein bisschen heraus, damit man besser sehen kann welche Zusammenhänge hier von Bedeutung sind Zum einen, wir haben hier ja den Winkel Alpha vorliegen Und im Einheitskreis, dessen Radius, ich darf das hier unten gleich etwas komisch anmerken Der Radius dieses Einheitskreises ist einfach eine Einheit Das werden wir später auch nützen müssen So, hier kann man jetzt ja einzelne Winkelfunktionen einfach einzeichnen Und zwar vom Schnittpunkt des Winkelschenkels bis zur waagrechten Achse herunter So ergibt sich der Sinus Also hier Sinus Alpha Vom Mittelpunkt des Kreises bis zum Schnittpunkt des Sinus mit der waagrechten Achse ergibt sich der Cosinus von Alpha Ich zeichne ihn ein bisschen unterhalb der Linie hier ein damit man ihn auch sehen kann Diese Länge, die ist leider schief geworden Diese Länge also der Cosinus Alpha So, jetzt sollte man das besser sehen Hier also Cosinus Alpha Zu bedenken ist, wir haben hier natürlich ein rechtwinkeliges Dreieck Der Tangens Alpha ergibt sich als Linie von der waagrechten Achse tangential an den Kreis angelehnt bis hinauf zum Winkelschenkel Also von hier hinauf bis zum Winkelschenkel Also bis hier hin Und da finden wir also den Tangens Alpha Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass der Radius des Einheitskreises 1 ist Wir haben also hier jetzt zwei rechtwinkelige Dreiecke Ein rechtwinkeliges Dreieck, das aus dem Cosinus Alpha und aus dem Sinus Alpha besteht Die Hypotenuse ist der Radius, also 1 Und ein rechtwinkeliges Dreieck, das aus einer Kathete besteht, die die Länge 1 hat Und die zweite Kathete ist der Tangens Alpha Hier ist es jetzt also möglich, einfach ein Verhältnis herzustellen Zum Beispiel waagrecht zu senkrecht ist gleich waagrecht zu senkrecht Es ist aber letztlich egal, wie man es dann angeht Ich mache mal Cosinus Alpha, also waagrecht zu senkrecht, also Sinus Alpha Ist gleich waagrecht, also 1 Zu Tangens Alpha, also senkrecht im größeren rechtwinkeligen Dreieck Diese Verhältnisgleichung kann ich ähnlich auflösen wie den Doppelbruch vorher Also Außenglied mal Außenglied würde hier bedeuten Cosinus Alpha mal Tangens Alpha Ist gleich Innenglied mal Innenglied Und das würde hier führen zu Sinus Alpha Mal 1 Das Mal 1 schreibe ich aber hier nicht mehr dazu Wenn ich diese Gleichung nun noch nach Tangens Alpha auflöse Würde ich also einfach durch den Cosinus Alpha dividieren Und schon erhalte ich Tangens Alpha ist gleich Sinus Alpha durch Cosinus Alpha Damit wäre also auch hier der Zusammenhang Tangens Alpha ist gleich Sinus Alpha durch Cosinus Alpha dargestellt Hier allerdings nicht bloß mit einfachen Formelzusammenhängen bewiesen Sondern letztlich erschlossen aus dem Einheitskreis Es gibt hier aufgrund der rechtwinkeligen Dreiecke Oder aufgrund des rechtwinkeligen Dreiecks Das wir hier mit Sinus und Cosinus gemeinsam vorfinden Noch eine weitere Kleinigkeit, die man sich hier günstigerweise erschließen kann Ich betrachte dazu Tatsächlich dieses kleinere rechtwinkelige Dreieck In dem also der Sinus Alpha und der Cosinus Alpha vorkommen Im rechtwinkeligen Dreieck, das wissen wir, gilt natürlich Pythagoras Das heißt, als zusätzliche Erkenntnis gewinnen wir hier Die eine Kathete zum Quadrat, also Sinus Alpha zum Quadrat Plus die andere Kathete zum Quadrat, also Cosinus Alpha zum Quadrat Muss auf jeden Fall das Quadrat der Hypotenuse liefern Also 1 Quadrat Ich werde aber das Quadrat beim 1er nicht dazu schreiben Weil ja 1 Quadrat ebenfalls 1 liefert Also auch dieser Zusammenhang lässt sich hier letztlich relativ einfach beobachten Sinus Alpha Quadrat plus Cosinus Alpha Quadrat ist gleich 1 Und als kleine Anmerkung vielleicht noch dazu Ich darf die ganze Angelegenheit hier noch ein Stück nach oben verschieben Als kleine Anmerkung dazu Was die Schreibweise anbelangt Man kann hier sich ein paar Klammern ersporen Indem man das Quadrat direkt über den Sinus Beziehungsweise direkt über den Cosinus drüber schreibt Und so hätte man dann die, naja, noch schönere, noch angenehmere Form Dieses kleinen pythagoräischen Zusammenhanges Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha ist gleich 1